Bad Säckingen Wegen eines ausgelösten Brandmeldealarms rückte die Feuerwehr der Trompeterstadt am Mittwoch, den 6. Oktober 2021 gegen 20.25 Uhr in den Kläranlagenweg aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der dort befindlichen Asylunterkunft konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Laut Polizei sei nichts passiert. Es war wieder einmal angebranntes Essen aufgefunden worden, welches für den Einsatz verantwortlich war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020